Ach, du wärst doch nicht gesucht. So Jungs, was ist los hier, als alle Hartz-Haut-Fern? Was sagst du nächste Saison? Was läuft da? Ja, siehste, mit dem Motorrad werde ich nächstes Mal herkommen. Wird besser wie die letzte Saison. Bist du von übertragen? Ja, logisch. Also ein bisschen mehr Ruhe rein und so. Also einen guten Mittelplatz hast du, ne? Da bin ich ja auch der Meinung. Die Jungs kommen hier von dem Haus her begann, ne? Ja, hast du gesagt eben. Ja. Was leidst du denn mit den neuen, mit Haaren und so? Was findest du denn von Haaren? Wir haben ja einen neuen Mann hier im Sturm. Früher auch schon hier, ne? Ja, gut. Aber das ist schon ganz lange her. Da hat die HSV uns für Bundesliga-Untaugliche erklärt. Aber die Aare kämen wir hier, ja. Aber ich bin der Meinung, gute Torleute haben wir. Drei gute. Das sind drei gute Torleute. Aber ich sag, einen linken Verteidiger müssen wir noch haben, ne? Bisschen dünnen Besitz, ja. Und vorne, jetzt haben wir Sven Schiblock. Der hat auch noch nicht so viel gerissen, ne? Aber vielleicht Platz jetzt unten. Weißt du auch noch nicht, ob die Alten da bleiben? Müller und so. Ja, bei Müller ist das natürlich auch ne Geldfrage, glaub ich, ne? So ist er. Und Peer, bleib wohl, ne? Aber, du, wenn sie da zehn Mille für kriegen sollen, weg damit. Ja, gut. Aber zehn gibt's doch nicht. Von Wolfsburg. Aber nix Jahr ist er denn umsonst weg? Ich glaub, die hatten fünf aufgerufen. Und dafür kann er nicht gehen, ne? Nee, darf sie brauchen nicht gehen. So, Jungs, dann wünsche ich euch ne schöne Heimtour, ne? Ja. Fahr schön vorsichtig. Der schwarze Block ist weg, ne? Gott sei Dank, ne? Alles klar. Tschüssi, Hamburg ist wieder ruhig. So will es sein. Tschüssi. 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 Vielen Dank.